Alles klar? Ja, bei mir alles gut. Du hast dich lange nicht gesehen. Lange nicht mehr gesehen, gell? Weihnachten, glaube ich. Wo warst du? Hä, wo warst du denn? Ich habe ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Was hast du gemacht? Ich war weg für Zeit. Wo warst du? Was hast du gemacht? Manche sagen FSJ, manche sagen Freie Soziale Jahr. Manche sagen Knarscht. Ich sage ein Jahr Ausbildungszeit auf. Frag nicht so viele Fragen. Weißt du, was ich meine? Sonst läufst du mit dem Fahrrad auf dem Kopf nach Hause. Okay. Ich habe eine neue Fossiluhr. Fossiluhr? Fossiluhr. Fossiluhr? Die haben alle vom Wohnzimmer, weil die sind ja riesig. Fossiluhr. Ich habe ja einen Tennisarm gesetzt, das ich die Uhr habe. Weil die so groß ist. Ganz krampft. Ich kann den mittleren Finger nicht mehr bewegen. Weil die sind ja riesig. Fossil. Ich zeige die jetzt an. Okay. Die von Fossil? Die von Fossil. Guckt es mal an. Das ist von Wohnzimmeruhr. Die haben einfach einen Gürtel dran gemacht. Guck mal, wie riesig die ist. Aber du hast die ja selber ausgesucht. Ich selber ausgesucht. Ich bin hin zu Fossil und habe... Guck mal, wie ich rede. Ich kann den linken Arm nicht richtig bewegen. Mehr als hoch, so kommt es nicht. Ich rede seit Wochen so. Wegen Steil. Wegen Steil? Wegen Steil. Oder weil es zu schwer ist. Wenn du mir richtig zuhörst, weißt du, was ich gesagt habe? Wegen Steil? Wegen Steil. Ich habe die an wegen Steil. Trotzdem ist es zu schwer. Ich habe die... Lass es kurz ausreden. Sonst, wie gesagt, kannst du mit denen da Hälfte in Scheiben laufen. Die Uhr habe ich an wegen Steil. Aber die ist schwer. Die müssen hinschreiben, normal Fossiluhr mit gratis Tennisarm. Verstehst du, was ich meine? Guck dir mal an, wie ich rumlaufe mit meinem Arm. Weißt du, was ich meine? Ja. Hip Hop Parade. Oh. Hey. Was ist mit dem Arm? Ein Fossilarm. Aber warum hast du den denn so schwerer ausgedrückt? Fossil macht nur richtige Braten. Ich tue dir richtig die ganze Firma anzeigen wegen Tennisarm. Und dann tun die mir schön drei Wochen Krankenschreibung. Gehen wir schön mit dem gelben Zettel in den Arbeitsamt. Fossil hat mein Leben ge****n. Und dann schön kassieren. Schön monatliche Braten. 20, 30, 40, 70 Euro monatlich. Bordengeld. Sonst noch was passiert? Oder beruflich? Beruflich? Sag mal so. Ist eine gute Bahn am Bahn. Ich habe eine gute Idee. Fassi. Fassi. Oder was? Die Money-Made-Machine-Stube. Ich habe eine gute Idee. Reise. Ich habe keine gute Idee. Vielen Dank.